Ich bin aus der Türkei, ich bin in der Türkei aufgewachsen. Als ich klein war, ich hatte auch große Interesse auf Gott und ich habe viel gelesen über Allah. Und dann habe ich auch viele Leute vieles gefragt über Allah. Dann war ich auch öfter in der Moschee. Und ich war jetzt öfter auch am Beten. Dann irgendwann, ich habe meine Frau kennengelernt in der Türkei, dann bin ich nach Schweiz gekommen. Und in der Schweiz war am Anfang alles so total. Und an einem Tag sind Probleme gekommen. Dann habe ich den Streit gehabt mit meinen Kollegen erst und nachher auch mit meiner Frau. Und meine Frau ist weggegangen von mir, wir haben uns getrennt. Dann, ich habe mich ganz alleine gefühlt in der Schweiz. Ich hatte niemanden da. Dann wollte ich auch nicht leben. Ich war total fertig. Ich war auf dem Boden. Ich habe auch Medikamente genommen, dass ich nicht leben möchte. Dann zwei Tage war ich ganz alleine zu Hause. Niemand ist zu mir gekommen. Nach zwei Tagen bin ich einfach aufgestanden. Ich bin nicht gestorben. Ich weiß nicht warum. Aber bin ich nicht gestorben. Aber war ich so total müde. Bin ich dann ins Bett gegangen. Gleich Augen zugemacht. Und ein paar Sekunden. Ich habe etwas gesehen. Das ist ein großes Fenster, habe ich gesehen. So leuchtet es hinten. Und eine Hand, ein Gesicht habe ich gesehen. Er hat den Hahn durch das Fenster zu mir gezeigt. Und er hat mir gesagt, dreimal, bete, bete, bete. Ich wusste nicht, aber wer ist der? Dann bin ich nach dem Balkon gegangen. Dann habe ich das gesehen, dieses Wunder. Genau dieses Wunder habe ich gesehen. Durch die Wolken, die Sterne runtergekommen. Dann habe ich viele Sterne schnuppern gesehen. Dann habe ich gesagt, es gibt es ja nicht so. Und ich war ganz wach. Öffnende Augen habe ich das gesehen. Ich war nicht ins Bett oder ich war nicht am Schlafen. Dann habe ich gesagt, mein Allah, was willst du mir sagen? Was ist das? Was für Bedeutung ist? Dann habe ich wieder das gleiche Fenster, das gleiche Gesicht gesehen. Und dann wieder die gleiche Hand zu mir kommt. Und dann hat er mir wieder gesagt, bete, bete, bete. Als ich das gesehen habe, ich habe da hier, auch bei mir, habe ich auch mich anderes gefühlt. Das ist ein tolles Gefühl, habe ich so gefühlt. Dann habe ich gleich zu meinem Schwager, er wohnt in Amerika, ich habe ihm ein SMS geschrieben. Und er hat mich angerufen. Dann hat er mir auch das gesagt, dass ich Jesus sein kann. Dann habe ich mit ihm das erste Gebet gemacht. Genau in der Nacht, ich habe dann diese große Liebe. Da kann man nicht sagen, eine Religion, sondern das ist eine Liebe. Ich habe diese Liebe angenommen und Jesus als mein Gott angenommen. Seit ich seine Liebe habe, seit ich das weiß, dass ich nicht alleine bin. Und da weiß ich, ich bin sein Sohn. Dann habe ich jetzt nie Angst vor jemandem. Vorher am Arbeiten, dann habe ich es selber einfach draufgeschrieben, 15 Minuten, so halbe Stunde, so. Dann habe ich gedacht, wieso mache ich das? Was bringt mir? Dann habe ich ohne Angst, ich habe die Gefühle gehabt, dass ich mit dem Chef reden soll. Dann bin ich einfach dort gegangen, mit dem Chef einfach so gesprochen. Ich habe nur die Gefühle gehabt. Was ich gemacht habe, das war überhaupt nicht gut. Das war eine Sünde. Das habe ich gemerkt mit seiner Liebe. Und das habe ich dann auch gewusst, dass ich nie alleine werde, egal, dass ich dann raus von Arbeit bin. Ein Nachmittag, ich war am Arbeiten. Ich habe etwas gespürt, dass ich auf den Knie gehen soll. Dann bin ich genau auf den Knie gegangen, als ich meine Augen zugemacht habe. Denn Jesus, Jesus habe ich gesehen, er steht vor mir. Und er hat meine Haare berührt. Und als er berührt hat, als ich ihn gesehen habe, dann, da ist hier in meinem Herz. Ich habe das gespürt, er liebt mich. Und dann habe ich gespürt, dass ich nicht alleine bin. Sogar, dass ich so viele Probleme habe. Der wollte mir helfen. Der ist dann gekommen, ich habe das gespürt. Er sagt mir, wenn er mich liebt, dann muss ich mich auch selber lieben. Wenn ich mich lieben kann, kann ich mir nicht schlecht tun. Da habe ich dann es geschniedet, da, hier. Ich habe viel Alkohol genommen. Ich habe mir so schlimme Sachen gemacht. Aber jetzt, ich liebe mich selber, weil ich sein Sohn bin. Ich bin wertvoll. Was ich brauche, was ich brauche, ergibt mir schon. Warum bin ich so jetzt? Warum kann ich jetzt essen, lachen, trinken, sogar, dass ich denn so viele Probleme habe jetzt? Der zeigt mir, dass ich mit ihm reden kann. Dass ich zu ihm meine aller Probleme abgeben kann. Dass ich denn alles vor ihm liegen kann. Dass ich mich befreien kann. Ich bin wie neu geboren, seit ich das gelernt habe. Weil ich kann jetzt meine Hände hochnehmen, zu ihm sagen, ich habe das Problem. Bitte hilf mir, Vater. Und gleich den nächsten Tag oder in der gleichen Zeit, was ich brauche, kommt sowieso alles selbe. Und ich bin so froh, ich bin so froh, dass er mich liebt. Ich bin Hassan, das ist meine Geschichte mit dem Jesus. Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh.